Silhouettes of life, Thinbike on Tour. Zu den Hotels dieser Welt. Auch am Feiertag. Trifft man Manager. Weil George W. Böhn gesagt hat, haben die Zeit für dich? Ja, gerade am Feiertag haben sie Zeit. Filmbike on Tour, aber nicht im Asimuth. Zu den Bühnen dieser Welt. Und... Mehr Mensch. Ja, ja. Ja, ja. More Rides. With our limits. Art. Moment. Naja. Wer anders dreht, wer anders silhouettesiert, schafft Kunst. Und Kommunikation, denn man weiß ja nie, welches Auge wohin trifft. Und das ist ja wunderbar. NHL. Wir sehen uns beim nächsten Mal.